Uns geht es darum, Menschen in ihrem Arbeitsumfeld in Unternehmen zu erreichen und zu verstehen. Die immer stärker während der Digitalisierung schafft eine enorme Datenflut. Wir liefern die Erkenntnisse, wo Digitalisierung gelingt und wo nicht. Und mit dieser Erkenntnis werden Unternehmen erfolgreich. Unternehmen investieren immer stärker in Online-Plattformen, wie zum Beispiel eine Versicherung, die ihren Tarifrechner für den Online-Vertragsabschluss optimiert oder ein internationales Unternehmen, was ihr Expertenwissen weltweit verfügbar machen will. Wir unterstützen diese Unternehmen, um erfolgreich zu sein. Mit unserer Software NetMainCore liefern wir nicht nur bunte Bilder. Nein, es ist auch wichtig, dass man die Reports und Kennzahlen analysiert und bespricht. Nur so kann der Tarifrechner einer Versicherung optimale Ergebnisse liefern oder die interne Kommunikation kann Kollaboration optimal im Unternehmen steuern. Nur wer analysiert, kann optimieren. Die Auswahl und Einführung von SAP Business by Design ist im Kontext unserer Unternehmensstrategie getroffen worden. Wir hatten uns sehr enge zeitliche Rahmenbedingungen für die Einführung der ERP-Lösung gesetzt. Es sollte eine cloudbasierte Standardlösung sein, die unsere Anforderungen ohne Anpassung abbilden kann und die uns Perspektiven eröffnet, unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Die Bereitstellung des Business by Design Systems war im Januar letzten Jahres und dann haben wir direkt in einer dreimonatigen Projektphase mit dem Team von All4Wand Stäb, alle Bereiche und Prozesse diskutiert und direkt im System umgesetzt. Heute kann ich sagen, dass es keinen einzigen Prozess mehr gibt, der nicht in by Design bearbeitet wird. Zuletzt haben wir für Teamleiter und Mitarbeiter eigene Dashboards erstellt, um die Informationen auch an jeden Arbeitsplatz zu bringen. Die Vorteile kann man in diesen drei Punkten zusammenfassen. Wir sind in allen Abläufen viel schneller geworden. Das heißt, wir sind jederzeit aktuell. Wir haben eine ganz große Transparenz für mich in der Geschäftsführung, für die Teamleiter, für die Mitarbeiter. Und die Abläufe und auch das Ergebnis, was wir erzielen, ist einfach richtig. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Qualität erreicht. Wir haben eine sehr hohe Qualität. Wir haben eine sehr hohe Qualität. Wir haben eine sehr hohe Qualität. Vielen Dank.